Hallo liebe 96-Fans, hier ist Baka. Ich freue mich auf eine richtig gute Saison mit euch. Ich konzentriere mich eigentlich. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Musik hört. Das ist nicht so mein Ding. Ich unterhalte mich gerne noch vor dem Spiel mit meinen Mitspielern und in erster Linie konzentriere ich mich. Ich regeneriere. Also ich liege gerne auf der Couch, gehe aber auch gerne mit meinem Hund vor die Tür. Nicht spektakulär. Nach Afrika würde ich gerne mal. Chips und Cola. Leidenschaftlich und ehrgeizig.